Wupp, wupp, es geht los! Ich starte mit einer neuen Diamond-Painting-Reise. Wir haben hier wunderschöne, eckige Steine und ja, auch ein bisschen AB ist mit dabei. Und natürlich wisst ihr auch schon, welches Bild es ist. Es ist der Erdbeereggel Tomi von Nicole Janel gezeichnet. Und dieses Bild ist einfach so zuckerzuckersüß. Allein schon, wie niedlich Tomi guckt und mit den kleinen Engelsflügeln einfach so durch die Erdbeeren fliegt. Ich finde es einfach entzückend. Die Steine sind bereit. Jetzt muss ich noch einmal Wachs laden, denn ich habe einen ganz neuen Stift genommen. Ja, und bei diesem Bild werde ich auch ganz viel mit dem Mehrfachaufsätze erarbeiten. Das bietet sich nämlich an. So, dann wollen wir mal den ersten Stein setzen. Tada! Auf geht's! Hier könnt ihr sehen, wie viel ich in der ersten Stunde gepaintet habe. Es flutscht und läuft wie geschmiert. Es macht richtig, richtig Spaß und ich kann es kaum erwarten, an diesem Bild weiter zu painten.